Doppelführung für Ferrari am ersten Tag in Singapur, hat man so auf jeden Fall nicht erwartet. Wir sprechen über den Trainingstag und über andere Themen noch mit unserem Formel 1 Experten Ralf Bach, herzlich willkommen. Hallo. Ja Ralf, Doppelführung für Ferrari und Training Science vor Leclerc, haben einen guten Vorsprung, 2,5 Zehntel auf Russell. Verstappen nur auf der 8 hinter Perez, die sind heute ganz schön rumgerutscht auf der Strecke. Ich würde sagen, wir fangen auch mal bei den, ja trotzdem wieder Favoriten muss man noch sagen, an, nämlich Verstappen. Oder würdest du schon sagen, dass die Favoritenrolle abhandengekommen ist nach dem schlechten Freitag? Das muss man sehen, was die Ingenieure heute Nacht noch finden. Das Auto lag nicht, das hat man gesehen bei beiden, die haben etwa das gleiche gesagt, beim Anbremsen geht das Heck weg. Das ist auf so einem Straßenkurs wie Singapur natürlich genau das, was du nicht haben willst. Normalerweise kann Verstappen das besser adaptieren, aber Perez war heute absolut auf Augenhöhe. Das nutzt ihm nur nichts, weil beide im Moment auf Platz 7 und 8 wirklich hinterherfahren, zumindest auf einer Runde. Aber es ist nicht das erste, wenn nicht das erste Mal das Red Bull über Nacht irgendein Setup findet, wo sie die Probleme plötzlich dann in den Griff kriegen. Trotzdem ist es ein ganz schwieriger Grand Prix für Red Bull im Vergleich zu den anderen und sie sind nicht von vornherein der Sieger. Das darf ich jetzt schon mal sagen. Das kann passieren, aber ich denke, das ist das schwierigste Grand Prix, den sie dieses Jahr bisher hatten, von der rein Performance her. Vielleicht erreichst du dann doch die Siegesserie. Du hast ja gesagt, da herrscht eine Menge Druck, den man sich irgendwie selber macht, weil man ja auch diesen Erfolg haben will, jedes Rennen in einer Saison zu gewinnen. Ja, das ist wirklich ein leidiges Luxusproblem, nur allzu menschlich. Gib einem den Finger und du willst die ganze Hand. In der Formel 1 multipliziert sich das nochmal, diese kleine Lebensweisheit. Und am Ende des Jahres, wenn sie dann doch mal geschlagen worden sind, werden sie trotzdem die Saison als eine der großartigsten aller Zeiten für sich in Anspruch nehmen. Aber das nutzt denen jetzt nichts, weil wenn du den Kuchen siehst, willst du ihn auch essen am Ende. Auf jeden Fall. Gut, bei Red Bull hat man es auch öfter schon gesehen. Das war es zum Beispiel in Kanada, das ist ja auch keine permanente Rennstrecke. Da lief der Freitag auch noch nicht so rund und Singapur wird jetzt auch nicht permanent gefangen, also eigentlich nur zur Formel 1. Die Strecke ist ja noch sehr grün und damit ist ja nicht nur gemeint, dass da noch nicht so viel Gummi liegt, sondern liefen auch einige Lizards heute rum. Kann das natürlich auch so einen Einfluss dann haben, dass man vielleicht schon auf die nicht grüne Strecke, also auf die befahrene Strecke, sag ich mal, die mehr Grip bietet, das Setup abgestimmt hat und dass es in den nächsten Tagen dementsprechend vielleicht sogar besser laufen wird? Sagen wir mal so, was aufgefallen ist, Red Bull hat Probleme gehabt, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Deshalb sind ja auch rumgerutscht. Je mehr Grip, desto besser können sie dieses Problem lösen. Aber grundsätzlich ist die Streckenführung Singapur mit hauptsächlich langsamen Kurven natürlich nicht für das Allround-Auto Red Bull bestimmt. Die sind, ich sag mal, auf 80, 90 Prozent aller normalen Rennstrecken. Normaler sind für mich jetzt Strecken wie Barcelona zum Beispiel oder Austin oder von mir aus auch Imola. Also so Strecken mit eher mittelschnellen Kurven und schnellen Kurven oder auch Silverstone. Dafür ist da Red Bull gemacht. Er ist jetzt weniger gemacht für Strecken wie Monaco, wo er auch schon ein bisschen Probleme hatte und jetzt Singapur. Da müssen sie mit klarkommen und ist gut für die Formel 1, weil so wird es spannend. Okay, dann sprechen wir jetzt mal über das Team an der Spitze heute. Ferrari, die waren ja eher auf den schnellen Strecken zuletzt stark. Monza und in Spa waren sie auch die zweite Kraft. Jetzt auf einem langsamen Kurs, was ja eher Aston Martin-Terrain war und vielleicht eher noch Mercedes. Haben wir aber auch Ferrari auf einer der langsameren Kurse vorne dabei, aktuell ja sogar ganz vorne. Wie erklärst du dir da, dass Ferrari da jetzt was gefunden hat auf einem Slow-Speed-Kurs? Warum auch immer. Jedes Auto hat ja so eine Grund-DNA, die ist vom Vorgänger. Und Singapur war eine Strecke, wo Ferrari die letzten Jahre immer gut war. Das haben wir auch gestern gesagt, dass Leclerc zum Beispiel unglaublich stark hier sein wird. Seins hat durch sein Auf-den-Monza-Oberwasser bekommen. Die waren auf Augenhöhe. Mich überrascht das nicht, dass sie jetzt im Qualifying, ich nenne das mal heute so, 1 und 2 waren. Überrascht mich nicht. Aber was mich überrascht hat, sie waren auch im Long-Rand relativ nah dran heute. Und jetzt muss man mal abwarten, wie die Strecke sich entwickelt. Mehr Grip ist für Ferrari nicht gut normalerweise, besonders was die Hinterreifen betrifft, weil man ja in Singapur oft eine brutale Beschleunigungsphase aus den Kurven heraus hat. Das war immer so ein bisschen der Wundepunkt. Das müsste den Club kriegen. Aber sie sind irgendwie im Durchschnitt von 38,4 gefahren im Long-Rand. Der Beste war wohl Alonso mit 38,1 auf Verstappen. Allerdings mit Ruherunden, also Pausen, wo er immer wieder 42 gefahren ist. War auch mit 38,2 eigentlich ganz gut dabei. Aber wie gesagt, wenn Ferrari die Pol- oder die erste Startreihe rausholt, ist, ich sag mal, die Race Pace gut genug, dass man die Position auch halten kann. Weil ich glaube nicht, dass die Reifen einbrechen werden und überholen. Da kann man in Singapur trotz der anderen Strecke mit vier Kurven weniger immer noch nicht gut. Ja, also du hast gerade schon die Long-Rands erwähnt. Spricht da wirklich vieles für einen spannenden Singapur Grand Prix? Oder denkst du, dass da jetzt wirklich Red Bull nochmal dieses Quäntchen findet, um dann wieder das Dominator-Team zu sein? Also Quäntchen, sie werden bestimmt besser werden. Ob es reicht, um ein bestes Team zu sein, bezweifle ich. Sie werden näher ankommen. Was aber bedeutet, am Ende könnte es sogar ein Duell auf Augenhöhe werden, wo der Fahrer vielleicht doch den Ausschlag gibt. Deshalb bin ich der Meinung, dass Verstappen sehr wohl Chancen hat. Aber besonders unser Geheimtipp Alonso, das hat er heute bestätigt, muss ich sagen. Der war im Long-Rand eigentlich fast der, oder war der Schnellste. Und seine Qualifangzahl, so auf Platz vier, glaube ich, steht er. Zwei Zehntel, glaube ich, fehlen ihm auf dem Ferrari. Die ist nicht schlecht genug, um nicht da ein Wirtchen mitspielen zu können. Mal sehen, wie das morgen ist. Aston Martin hat heute den ersten Tag, ich sag mal, verschwendet, indem sie neue Teile getestet haben, auch Setups getestet haben. Das heißt, da sind sie gar nicht auf Zeit gefallen, das hat man auch gesehen. Aber in dem Moment, wo sie angegriffen haben, waren sie voll da. Besonders Alonso, Stroll hinkt halt jetzt wieder hinterher, das ist so wie ein Rattenschwanz. Zuerst der Handbruch, dann Alonso mit dem Auto viel vertrauter und er ist halt mal ein Superpilot. Da muss Stroll jetzt aufpassen, dass er die Motivation nicht verliert und irgendwie auch an seine Stärke glauben. Aber mal schauen, ich glaube schon, dass es sich auch morgen steigern wird und beide Aston Martin könnten, ja, ein Q3 sein. Ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes Qualifying, du hast ja schon erwähnt, überholen ist schwierig. In der letzten Sektion hat man zwar jetzt eine Gerade eingebaut, aber die dienen jetzt auch nicht gerade dem Überholen. Ja, die Autos werden vielleicht auch ein Ticken enger beieinander sein, aber was schätzt du denn, wo kann man am besten überholen noch? Also nachstazieren die gerade praktisch, also nach dem ersten Sektor? Ja, da muss aber einer schon einen kleinen Fehler bei der Ausfahrt machen. Also Einfallüberholen geht nirgendwo, die DRS-Zone hilft. Man überlegt sich, ob man noch auf dem neuen Streckenteil jetzt nochmal eine vierte macht. Das wurde im Fahrerbriefing heute besprochen, ob sich das lohnt oder ob es nicht zu gefährlich ist oder ob es sinnlos ist. Also das ist noch nicht ganz entschieden. Also wir haben drei DRS-Zonen, vielleicht kriegen wir noch eine vierte dazu. Das wird erst im Fahrerbriefing entschieden. Also grundsätzlich die DRS-Zonen sind am besten geeignet zum Überholen, aber in Singapur trotzdem sehr, sehr schwierig. Ohne Fehler des Vordermanns ist es kaum möglich. Oder ein Auto muss schon zwei Sekunden fast schneller sein von der Performance, dass man überholen kann, ohne großes Risiko. Und das kann nur dann passieren, wenn der Reifen bei dem Vordermann, sage ich mal, so abgebaut sind, abgefahren sind, dass der andere das machen kann. Aber es kann passieren. Also es wird auf jeden Fall spannend. Und Singapur lebt ja nicht nur vom Überholen, sondern es ist ein bisschen wie Monaco. Du kannst halt keinen Fehler machen, da gibt es nicht viele Auslaufzonen. Wenn du einen Fehler machst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du in der Mauer landest. Das heißt zwei Stunden bei der Hitze, fast zwei Stunden hohe Konzentration. Und für die Fahrer ist es nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch das Mentale wird so richtig gefordert werden am Sonntag. Ja, vor allem kann es auch eventuell wieder regnen. Es sind ja in Tropen, Regenwahrscheinlichkeit recht hoch an den Tagen. Und man weiß ja, wenn es da regnet, dann kann es auch richtig runterkommen. Man erinnert sich an die spektakulären Rennen in Malaysia zum Beispiel. Ja, Ralf. Aber in Malaysia, wenn es da richtig geregnet, dann konnte man gar nicht fahren. Das weiß ich noch. Aber das würde in Singapur dann nicht besser sein. Vor allen Dingen in Malaysia gibt es wenigstens noch Kiesbetten, wo man stranden kann. Aber wie gesagt, in Singapur ist das erst der erste Widerstand, den Fahrer spürt schon eine Mauer. Das stimmt. Ich glaube, im letzten, also 2017 hatten wir im Start Regen, das weiß ich noch, da sind da Vettel und Raikönnen kollidiert. 2018 war auch Regen und ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch eine nasse Strecke, ne? Ja, wobei richtig, also dieser Druck, das war schwierig genug, aber das war alles noch fahrbar. Stimmt. Ich bin mal gespannt, ob sich Verstappen so schwer tun würde beim Überholen. Und klar, ein Monster war schwieriger, da der DRS-Effekt ja geringer war mit den flachen Flügeln. Aber jetzt mit dickeren Flügeln und dieser Red Bull-Power mit dem DRS. Bin ich mal gespannt, was da passieren wird, wenn er nicht die Pol holen sollte und sowieso vorne wegfährt. Ja, Ralf. Sprechen wir noch kurz über unseren deutschen Pilot Nico Hüberg. Heute auf der 11 einmal langsamer gewesen als Magnussen. Eine gute Zehntel. Schönes Bild. Danach zusammen sind die beiden in die Eistonne ein gutes Verhältnis. Und ja, wie siehst du es? Ja, Nico Hülkenberg ist eh vom Typer wie Per Mertesacker. Das erinnert mich so ein bisschen an die Eistonne bei der WM 2014. Als er so mozzig war, eigentlich mit Recht über eine Frage des ZDF-Reportes, warum er eigentlich so schlecht gekickt hat. Und er der Meinung war, dass er schlecht gekickt ist in der Runde weiter. Heute weiß man, dass er recht hatte. Und da wurde diese Eistonne in Deutschland eigentlich zum Kult. Jetzt sitzt Hülkenberg zusammen mit seinen Magnussen da drin. Warum auch immer. Und ja, der Haas war die große Überraschung heute. Aber irgendwie fehlt mir noch der Glaube daran, dass die das morgen halten können. Ich glaube, da werden noch einige vor dir kommen. Trotzdem, im Vergleich zu den Rennen vorher war das natürlich mit Platz 9 und 11 eine Offenbarung im positiven Sinne. Trotzdem wird es mit Punkten schwer, weil der Reifenabtrieb, selbst wenn der in Singapur vielleicht nicht so groß sein wird, ist natürlich im Vergleich zu den anderen Teams, da Haas immer noch keine neuen Teile hat, immer noch größer. Das heißt, Punkte sehe ich jetzt eher nicht. Ja, und die Rennpace ist dann auch wieder die andere Geschichte. Und ja, sind wir mal gespannt. Hoffentlich geht da was. Ich muss noch sagen, Piastri würde wahrscheinlich auch noch eigentlich weiter da vorne stehen, wenn er eine gute Runde gefahren wäre. Elben, gut, ist nicht eine Williams-Strecke, aber der könnte sich auch eventuell davor einordnen. Sind wir mal gespannt, ob es eventuell ein Pünktchen gibt, Hülkenberg. In Singapur schreiten auch gerne mal ein paar Fahrer aus. Ja, Ralf, dann sprechen wir nochmal über ein anderes Thema, was aber auch auf jeden Fall einen Singapur-Bezug hat. Es geht um das Weltmeisterjahr 2008, das erste Nachtrennen der Formel 1 damals in Singapur. Ja, und da hat der Piqué sein Auto absichtlich in die Mauer gelenkt und dann wurde das Rennenergebnis eigentlich praktisch, war ein klassischer Betrug. Die Verantwortlichen wussten das, hätten das Rennenergebnis annulieren müssen und damit wäre er am Ende Massa Weltmeister geworden. Ja, und der geht jetzt auch aktiv dagegen vor, aber ich würde sagen, das erzählst du nochmal alles, weil du hast das ja rausbekommen, dass die die Infos überhaupt hatten. Also nicht ich alleine, sondern Bianca und ich haben das raus, schon ziemlich früh. Und ich habe jetzt nach 15 Jahren einfach eine Geschichte geschrieben mit der Basis des Wissens, ohne irgendwas zu bewirken, einfach um zu zeigen, naja, was damals passiert ist. Ich bin jetzt Zeuge in dem Fall, ich habe Post vom Anwalt gekriegt von Massa, ich will da jetzt nicht viel sagen zu, es ist eigentlich eine Bitte zu helfen. Er hat mir ein paar Fragen gestellt, ich habe noch nicht geantwortet, das werde ich noch tun. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, als auf die Geschichte zurückzugreifen, die ich geschrieben habe, zu der ich stehe, zu der wir alle stehen und mehr will ich nicht sagen. Aber es ist schon interessant, dass man mit so einer Geschichte die ganze Formel 1 ein bisschen an ihren Grundfesten rütteln kann. Ob jetzt die FIA wirklich genug Zeit hatte, damals zu reagieren, wir reden hier von Brasilien 2.8, das sind die Infos. Als das Piquet Senior zu Charlie Weiting, Max Mosley und so weiter ging und das erste Mal gebeistet hat, was Renault von seinem Sohn verlangt hat, sechs oder vier Wochen davor, also bei einem Rennen. Das, lassen wir dahingestellt, feststeht, die ersten Anhaltspunkte, die da verschoben wurden, das Rennen hatten sie vor dem letzten WM-Rennen. Es ist aber nicht meine Aufgabe zu entscheiden, ob das jetzt Zeit genug war oder nicht. Ich habe einfach das zusammengefasst, was passiert ist, mit gutem Gewissen und ich gehe auch dazu. Ansonsten amüsiert mich das Ganze ein bisschen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man Hamilton den WM-Titel wegnimmt und ihn Massa gibt, aber ja, mal schauen, was da draus wird. Wie würdest du es denn machen, wenn das jetzt alles so weit kommen würde? Also gut, wenn man es annulliert, dann müsste Massa ja Weltmeister sein. Würdest du wünschen vielleicht so eine Lösung, dass Massa auch Weltmeister wäre? Oh, das geht auch nicht, ne? Dass beide dann den Weltmeister-Status haben? Nein, eigentlich wünschen wir gar nichts. Ich habe einfach ein Sachverhalt beschrieben und so, ich meine, nach 15 Jahren ist es jetzt schwierig, im nachträglichen Rennen zu annullieren. Ich sage ja nur, die Möglichkeit, Singapur zu annullieren, war wahrscheinlich gegeben, aber das lag nicht in meinem Ermessen, auch nicht in dem von Birne Eccleston, sondern der, der wirklich die Entscheidung hätte treffen müssen, den können wir heute nicht mehr fragen. Das war der damalige Vierer-Präsident Max Mosley. Ich denke, Massa will seinen Ruf ein bisschen aufpolieren. Der ist jetzt nicht so schlecht und keine Ahnung, was da jetzt genau passiert noch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da an dem Ergebnis noch was geändert wird. Da müsste man schon wirklich, ja, die Sportgeschichte neu schreiben. Und ich meine, Mercedes hat ja ähnliche Bedenken 2021 bei dem WM-Finale. Da gibt es ja Leute, die sagen, dass wir auch verschoben wurden, als Michael Masley damals noch die eine Runde hinter dem Safety grad fahren lassen und Verstappen noch mit frischen Reifen Hamilton überholen konnten und deshalb Weltmeister wurde. Allerdings, wenn mich einer fragt, ist das damit zu vergleichen, sage ich nein. Das eine war ein ganz klar verschobenes Rennen in Singapur, was auch immer das heißt. Das war mit Vorsatz. Was in Abu Dhabi passiert, war ein bisschen hektisch, vielleicht falsch von Michael Masley, aber das ist wie eine Fehlentscheidung im Fußball, wenn ein Schiedsrichter das macht. Also das kann man wirklich nicht vergleichen. Ja, auf jeden Fall nicht, zumal eigentlich die klassische Regel war ja, dass alle Überrundeten durchdürfen. Dann hätte der von Anfang an, da war auch noch genug Zeit richtig entschieden, dann wären auch alle durchgekommen und dann wäre auch ein Verstappen hinter einem Hamilton gewesen. Deswegen, ich konnte diesen ganzen Drama eh nicht so wirklich verstehen. Ich kann auch Mercedes verstehen, dass diese Nummer drei oder vier Autos dürfen überholt werden, die anderen nicht. Also da konnte man schon das Gefühl haben, man wollte, ich sage nicht Verstappen helfen, aber nochmal riesen irre Spannung in der letzten Runde herbeizaubern, dass man natürlich rein sportlich dann alles dafür geht, dass Max Weltmeister wird. Übrigens für mich ein verdienter Weltmeister in dem Jahr, wenn man das ganze Jahr betrachtet, unabhängig von dem Rennen. Aber wenn man natürlich die Autos wegnimmt und Verstappen sofort eine Runde mit seinen frischen Reifen gegen die abgefahrenen Schlappen gegen Hemmeln, dann war ja klar, wie das ausgeht. Aber trotzdem, das ist jetzt wirklich Äpfel in Böden. Das eine war ein verschobenes Rennen mit Vorsatz von Renault damals, also von Prieto und Pet Simmonds, die verantwortlich waren. Die haben gesagt, Nelson Piquet, unser Alonso braucht jetzt ein Safety Car. Wenn du gegen die Mauer fährst, gibst du das Safety Car und dann gewinnt der das Rennen. Was auch so war, das war Betrug, kann man schon so sagen. Und Vorsitz, das andere war einfach eine menschliche Ermessenserscheinung eines Rennleiters, der das bestimmt nicht bewusst gemacht hat, damit einer das Rennen gewinnt, sondern da würde ich das so auf Menschen machen, Fehler wie Schiedsrichter, was zurückführen. Vielleicht musst du wie Wemley, ne? Ob der Ball drin war oder nicht? Ich weiß, es kann gar nicht mehr möglich sein, aber das war ja dann vielleicht auch eine menschliche Fehlentscheidung. Ja, aber soll man das jetzt nachträglich anklagen? Sicher nicht. Natürlich war der Ball nicht drin, das sieht man heute mit der Technik. Allerdings ging es dann trotzdem noch 4-2 aus. So, dann wäre es halt 3-2-Ausgang. Jetzt kann natürlich jeder sagen... Achso, das, das Wemley meinst du jetzt, ne? 2010, ne? Nein, ich schritt von 66. Achso, okay, weil 2-2-10 hatten wir ja auch eine Wemley-Tor. Das war ja die Rache 2010, der englische Ball war sowas von klar hinter der Linie. Das war vielleicht dann die Ausgleich im Gericht. Aber nochmal, da ging es 4-1, glaube ich, raus. Das ist dann auch egal. Ja, stimmt, es war 4-1, nicht 4-2, hast recht. Ja, okay, Ralf. Aber es gibt auch trotzdem diese Regelung, dass wenn die Pokale übergeben werden, dann... Die gab es damals, ja. Genau, dann sind die Ergebnisse fix. Und ich meine, man muss das so hinnehmen. Ich meine, man hätte ja auch Singapur nicht annullieren können. Man hätte ja zum Beispiel bei Nodis qualifizieren können. Das wäre dann für Hamilton noch besser gewesen. Normalerweise, wenn es einen Betrug gibt, muss so ein Rennen annulliert werden. Das war damals so. Allerdings haben sie es früh genug gewusst, weiß ich nicht. Wenn sie es gewusst haben, haben sie es abzwischen dahinten geschoben, weil sie sich nicht sicher waren. Man kann alles erklären. Ich denke, einem Ergebnis wird sich nichts tun. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin Zeuge, da darf ich nicht zu viel sagen. Außerdem, das, was in der Geschichte steht, da stehe ich zu. Ja, aber was erhoffst du dir jetzt, das nochmal abschließend zu sagen, für einen Ausgang? Ich meine, das hätte ja gravierende Folgen. Hamilton würde einen WM-Titel verlieren und wäre nicht mehr Rekordweltmeister. Und dann wäre es wieder Schumacher. Hoffst du, dass alles so bleibt? Oder hast du da irgendwie so ein Wunschszenario, sage ich mal? Ja, ich würde da gar nichts an dem Ergebnis rütteln. Manchmal gibt es ja auch Glück und Pech und Schicksal. Ich meine, das gehört zum Sport dazu. Also nach 15 Jahren finden wir das echt grausam, da noch was zu machen. Dann kommen nämlich andere und zeigen dem Finger irgendwas, von dem wir noch gar nichts wissen. Nee, nee. Da muss ein Status statuiert werden. Ich meine, die Vierer kann sagen, unser Fehler und so weiter. Dass es vielleicht in Zukunft nicht mehr passiert und sie dann schneller reagieren. Aber in der Vergangenheit würde ich, würde ich die Vergangenheit jetzt ruhen lassen. Okay, dann haben wir da auch dein Fazit. Schreibt unbedingt ihr mal da draußen eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Würdet ihr Massa noch den WM-Pokal geben? Oder würdet ihr auch im Sinne des Sports entscheiden und sagen, es bleibt alles so, wie es ist? Und wie du schon gesagt hast, dass man da den Status setzt. Wenn ihr jetzt vor Gericht geht, die entscheidende Frage. Die, die beweisen müssen, dass die Vierer absichtlich, ich sag mal, die Recherche nach hinten geschoben hat, um dieses WM-Ergebnis unantastbar zu lassen. Das ist sehr schwierig zu beweisen. Denn ehrlich gesagt, wenn man es erstmal davon hört, ja, dann hat man Zeit, gleich der Sache nachzugehen. Wenn er überhaupt, dass das wirklich der Fall war, das kann nun Max Mosley beantworten. Und er lebt nicht mehr. Stimmt, dann wird es auch schwieriger. Aber gut, wer weiß, was deine Aussagen da bewirken am Ende für Massas Anwalt. Ich kann nicht mehr sagen, jetzt, dass in der Geschichte steht Punkt, Ende, Aus. Ich will mich da auch gar nicht mehr daran beteiligen. Es ist so, dass wir das mit gutem Gewissen gemacht haben. Okay. Als 2008 Piquet die Mauer gefahren ist, saß ich im Brasselzentrum und das Auto hat noch gequalmt vom Piquet. Und habe wirklich in einem Anfall von Hochmut und Coolness, ich weiß nicht, oder ins Brasselzentrum gebrüllt, hit the wall for the victory. Die anderen haben mich angeguckt, das wäre jetzt der letzte Alien. Aber es war mein erstes Bauchgefühl. Man sollte sich manchmal einfach drauf verlassen. Ja, vor allem mit Alonso dann, dass es dann alles so hingehauen hat. Das war ja schon sehr auffällig tatsächlich. Ja. Aber ja, war natürlich eine steile Aussage, die da so intuitiv aus der Rausch kam. Aber es ist das Rennengeschehen ja gut gelesen. Ja, und mal gucken, was jetzt morgen passiert und Kohle fangen. Wie gesagt, ich glaube, Ferrari kann die Stärke halten. Und ich befürchte, die Red Bull-Serie wird zu Ende gehen. Aber was heißt befürchten? Im Sinne von Red Bull befürchten. Das für die Spannung nicht. Mir ist eigentlich egal, ob die jetzt alle Rennen gewinnen oder nicht. Wobei so ein Rekord, so ein Einsamer hat auch was für sich. Aber ja, ich tippe immer noch auf Alonso. Erster Sieg, die ist mit Aston Martin. Ist so mein Tipp. Na, schauen wir mal. Vielleicht ist er auch Ferrari ganz gut dabei. Ja, Ralf, er... Dass er 28, 23... Ja, dass er dann 15 Jahre nochmal in Singapur gewinnt. Aber wie gesagt... Zu 10 hat er auch noch gewonnen, weiß ich. Aber klar, ist das nicht so... Ohne, dass der Zinkollege in die Mauer fahrt. Ja, das wünschen wir uns alle. Dass sich diese Geschichte nicht wiederholt, beziehungsweise wenn dann direkt annulliert wird. Ja, Ralf, bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.